Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Feed the Beast. Genau, und mit dabei wieder AK-Free First. Und mit dabei wieder die Überraschung. Wie ich immer noch nicht herausgefunden habe. Mittlerweile schon seit zwei Folgen hältst du mich hin. Was? Mittlerweile seit zwei Folgen hältst du mich hin. Ja. Und ich seh deinen Namen da unten und da steht, du bist noch 84 Meter von mir entfernt. Ich bin nämlich ganz unten hier, fast beim Grundgestein und ich habe keinen Platz im Inventar. Stimmt. Deswegen kommst du jetzt her. Und ich höre es gewittert. Weil es tut mir leid, aber ich musste einfach off-screen jetzt das fertigstellen, sonst... Es hätte einfach nur lange gedauert und das wäre langweilig gewesen und alles scheiße und bäh und... Ich bin jetzt dann auf dem Weg zu dir. Und im Background läuft bei mir wieder KSTBs. Oh, gute Idee. Und ich habe das Gefühl, gleich ist mein Inventar voll. Also noch voller als jetzt schon. Noch voller? Ja. Kohle kann ich nicht mehr so viel mitnehmen. Kann ich davon noch was mitnehmen? Ja, davon kann ich immer was mitnehmen. Kipp doch. Zack, zack. Oh, ich habe Zing gefunden. Auf den letzten Metern. Das ist ja nice. Es leuchtet immer so schön mitnehmen. Was? Zin? Ja, zin-tin. Zin-tin. Verarschst du mich? Ja. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Ja, aber man sieht halt so helle Punkte. Oh yeah. Wuuuuhu. Geile Musik hier. Und ich hoffe, die sind zu. Und dann? Ich auch nicht. Also, ich hoffe auch, dass sie nicht zu laut ist. Aha. Aber ich hoffe halt, dass meine Musik nicht zu laut ist. Er hofft, dass seine nicht zu laut ist. Jo, genau. Ansonsten, Anni, du nimmst ja mit Frappes auf. Ja, ich kann nicht mehr nachredeln. Ja, stimmt. Und du bist auf 1 gekommen. Ja, das ist so creepy, wenn du dann plötzlich einen Zombie mit nichts schlägst. Und Level 23 schon. Das ist ja richtig heavy hier. Und dunkel. Lichtfall. Nein! Inventarfall. Was kann ich wegwerfen? Ich brauche Kohle. Ich brauche das. Verdammt. Ach komm, ich weiß nicht, was ich wegwerfen soll. Das ist alles wichtig. Die Dark Siforium, die brauchen wir nicht. So, Kohle. Kohle ist wichtiger. Denn unser Generator frisst ganz schön viel Kohle. hallo wenn ich das sage dann ist das aber ich doch eigentlich schon also so was ich mit willkommen habe war das schon viel aber ich kann mich ja auch hier kommt schon der erste sandstein sehr gut das heißt ich bin gleich da und jetzt muss ich da in die richtung aber das heißt ich ja das hier wasser ist nein ich bin im ozean gelandet und wir haben dann jetzt wenigstens eine anbindung direkt zu zwei riesigen schluchten es war ordentlich langer weg aber wain hauptsache anbindung da und bist du ich habe hier wieder zinn gefunden das ist sehr nice also zinn und körperprobleme haben wir keine mehr redstone haben wir probleme da werde ich demnächst oder du kannst ja auch mal runter gehen in redstone holen in der nächsten folge ja wo bist du jetzt überhaupt ja ich bin ich grab mich grad zu dir hoch ja dann mach mal ein bisschen schneller ja ja ich bin auf dem Weg auf dem Weg oh mein Gott jetzt ist es rausgekommen wir sind Brüder Brüder vor allem ja ich bin der Onkel sein ich bin sein Bruder ich bin alles ja ich bin alles für dich meine Lustpuppe NEIN sowas werden wir ja nie tun jeden Freitag na klar jeden Freitag ja F-Stream 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 Quatsch wir machen scheiße Quatsch wir machen scheiße ich bin da nein schon wieder Wassereinbruch auf Deck 7 nee 23 7 glaub ich dir nicht so ich bin da hallo oh ich stopf mal hier oh endlich wieder Tageslicht oh ist das meine Augen meine Augen meine Augen na man ich stopf oh du hast Erfahrung wir haben 24 oh yeah lass mich doch Alter unsere Kiste ist voll wir brauchen eine Goldkiste oder Silberkiste oder sonstwas Kiste äh ne Crystal Chest würde ich können haben die sind cool ja die haben echt oder ne bottomless chest du meinst schwarze Lochkiste nein bottomless chest bottomlose Kiste ja das ist schwarze und wo bist du? hier unten ich ja dann lauf doch mal eine geile Treppe hoch ja ich mach hier grad so einen geilen Steinbruch ja kommst du jetzt her? gut aus oder? ich weiß es nicht schreib es mal in die Kommentare ich seh es nicht ich seh nur wie du da unten so gestört rum bist aha wie immer halt soo 21,6 Meter unter mir denkst du den Sprung würd ich überleben? ja der ist gleich so neben mir ich komm trotzdem nicht ja was denn das für oh ok geil 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 du hast ne Säge gemacht oder? nein die hab ich gefunden ach fucklos die lagen so blöd rum die lag irgendwo rum die Säge ich weiß nicht wo joo geil Covers man ist ja epic oh und wir haben uns darüber noch unterhalten und ich komm da nicht drauf ist ja geil scheiße scheiße ba 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 aber echt geile Aktion man echt da sind die Covers in meinem Regal ok aber wieso ist bei mir das Glas nicht connected? ja das ist bei mir auch nicht hm naja egal auf jeden Fall geil man geile Aktion ja dann schau mal unten rein unten siehts noch besser aus hier siehts ein bisschen blöd aus aber oben unten siehts am besten aus boah das sieht alles wie wohlgemerkt meine Säge ist gleich kaputt haha ok aber ich hab jetzt ich hab da mindestens 30 Holz raus geholt mhm sehr nice sehr nice echt muss ich schon sagen ähm besonders aus einem aus einem Block kriegst du von den dünnsten Covers ich glaub 8 Stacks oder? ne 8 dünnste Covers kriegst du da durch so heftig ähm ja ja und das einzige Problem ist wie gesagt hier noch das sind halt die schwarze Schatten so und du darfst jetzt mal gucken was ich jetzt alles habe da in der Kiste ist alles drin äh aber noch also das Eisen können wir als erstes mal in dem Maserator packen ja sag so da noch Iron Dust nice nice aha warte hier hab ich noch deine 7 Glas die da noch drin waren aber Glas kann man also auch so zerschnippeln wusste ich gar nicht okay du kannst eben wie gesagt sogar Erde das ist halt nicht so geil rein das ist halt nicht so geil rein 1,2,3,4 so dann dann Essen da wird bald aus kurz vom Posten hm dann Kohle haben wir genug okay jetzt alle Erze ganz wichtig erst in dem Maserator packen und dann in den Kronus ja ja sonst verschwendet man nur Erz sonst verschwendet man nur sowas genau und ich würd gern nochmal so ein Iron Kronus machen äh Electric Kronus äh oh boah ich will das nicht in den Chat schreiben ähm Robby Haun so Electric Furness dazu brauchen wir einer Crocker aber schau her das ist das blöde du kannst sowas nicht an die Inseiten der Covers machen solche Puckeln okay wohlgemerkt die Blöcke hier bestehen auch nur aus Covern haha ja ich sehs gerade beim dann fokuss ok oh ja hier haben wir ein bisschen Rubber also Stick Resin 3-tap 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 da ist der 3-tap da sieht man es haha schau mal kurz hier raus ja ich kann zu mir schau mal dahin wo an die Glaswand da gleich am Anfang ja ja siehst du nicht da oben den Kasten achso ja 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 ich sehs auch ja ja eben da sieht man das Solis cool und das geilste ist du kannst jetzt hier nach unten schauen geradeaus ja das hab ich grad schon beobachtet und reingesiebt so uuuuuhu nicht fallen nein ich brauch wieder eine neue T-tap ähm kannst du mal bitte ein electronic circuit machen ähhhh electronic circuit oder redstone haben wir weil ich würd gern noch einen Ofen machen wie schon in meiner Zeit jetzt electronic mortar zack 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 electronic da electronic circles 3 oben 3 unten 2 redstone und 1 iron ok und was brauche ich noch ok dann wollen wir noch das denn 3 oben 3 unten 1 in der Mitte und 1 in der Mitte 2 oben und voll die coole Musik bei mir warne scheiße und oh unsere Kohle ist übrigens leer gell ja ja ich muss schnell nachfühlen Kohle Kohle Alter, ich weiß, wie man jetzt was da rausholt, obwohl das... Äh, was? Oh, ne, geht doch nicht. Aber die Kohle wird echt schnell verbraucht, muss ich sagen. Jetzt ist halt so ein bisschen Einschmelzarbeit hier. Und ich würde sagen, ab jetzt noch 10 Minuten, dann habt ihr wieder eine längere Folge. Heute. Aber schade, dass man beim Electric Funnel keine Erfahrungspunkte bekommt, wenn man da was rausholt. Was ist Refined Iron? Äh, das ist einfach nochmal in den Ofen geplagt. Brauchst du das? Was? Brauchst du Refined Iron? Ja, für Elektronik... Ich hab's schon. Ach so. Für Elektronik Circus braucht man ein Refined Iron. Okay. Soll ich ein Maschinendinges bauen? Iron Furnace hab ich schon. Okay, gut, dann gib mir den Iron Furnace mal her, weil ich mag Iron Ball Achievements. Ja, klar. Ähm, und zwar Iron Furn, das brauchen wir. Electric Furn, das brauchen wir. Äh, meine ich ja, meine ich ja. So. So. Ja, nice. Fesh, fesh. Und noch ein... Mist, wir brauchen noch ein Copper Cable. Ja. Das you can do. Alter, mal wieder ein Frame Einbruch kurz. Alter Schwede. Jaaa... 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 Dann muss ich jetzt dann weiter arbeiten, weil ich hatte ja nicht genug Tin und so weiter. Jaaa... Jaaa... Dann kann ich die auch machen. Jaaa... Ich brauch noch eine Batterie, das war das Wichtigste. Ohso, okay. Äh, Tin es haben wir auch, dann sollten wir vielleicht noch mal ein... Nein, das... Was? Mertere, pero den... Warte kurz, Bad Box! Drei! Jaa, stimmt! Das brauchte ich ganz unbedingt. Die dritte Batterie... Äh, ich hoffe ich weiß noch wie man eine Batterie macht... Ich glaub mal, dass die so war, ne Moment, oben ein Koppelkabel drüber, und dann links und rechts Eisen müssen wir oben sein, nein, war's doch falsch, Moment, wieso hol ich alles zurück da, achso Zinn stimmt, Zinn statt Eisen, äh, krieg ich bitte Zinn? Ja, warte, ich hab's hier grad in den Ofen rein getan, äh, in den Meserator Ich brauch 14 Ja, dann brauchst, sind das zwei, äh, Dinger, äh, zwei Blöcke Uff, wenn das geht Zeig, ich brauch mal hier oben unsere Furnace Assists ab Zeig Nein, das war ein Fehler Dammit Okay Hm War's unsere Furnaces abzubauen? Nein, unsere Käste oben abzubauen Das war ein Riesenfehler, ja Ja, war's Und jetzt muss ich noch sterben, dann ist alles perfekt Und dann, so, die Ärzte kommen Wieso, ich hab's doch schon, ich bin auch in der Nähe Egal, ich hab's doch noch ein paar Sie, drei Ich hab's doch noch nicht Das kann mal da rein Äh, wirkt, 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 das ist voll Da rein Da rein Drei Batterien Und jetzt war es wie angeordnet Bei der Bad Box Drei Batterien, Copper Car Okay 64 Kohle Zack Okay, langsam wird das Ein bisschen unübersichtlich Ist egal Ich weiß Und Ich hab ne Bad Box Was macht die nochmal, die Bad Box? Energie speichern Aber das muss man richtig anschließen Aber beim Generator bringt die glaube ich nicht so viel Wir sollten demnächst mal ein Solar Array machen Oder Solar Was ein? Solar Ding Bestimmt Warte mal Solar Panel Wieso hab ich eigentlich so viel Sand? Ich hab doch gar kein Sand gefunden Ach ne stimmt ja Ja das ist ja Das war ja hier nicht Schutzt Blue Drop Dwarfer Was ist das? Äh Blue Drop Keine Ahnung Das muss man glaube ich herstellen Moment Ich brauch drei Cold Dust Um Solar Panel Es gibt auch noch die flachen Solar Panel Die flachen sind glaube ich die falschen Für das was wir brauchen Okay Es gibt nämlich hier Red Power Und da gibt es auch noch immer Solar Panels Und ich guck gleich Weil ich weiß wie die aussehen Okay sortieren müssen wir es halt später irgendwann Ähm Da ist auch alles voll Gut also ein Solar Panel Ich brauch einen Generator Ich brauch Polenwasser Ich brauch Glas Und ich brauch zwei Electric Circus Ähm warte Ich guck gerade mal nach Solar 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 Da ist Solar Panel Ähm Solar Helm Das blöde ist bloß wenn wir Regalwaren oben haben aber keine Crafting Table Äh jaja Runderball Ach komm Daufe Türen Da ist so Crafting Benches So das hab ich jetzt Da oben Und jetzt brauch ich Electric Circus Wie war das nochmal hier zu stellen Afro Circus Okay Refined Iron brauch ich wieder dafür Einfach das Iron nochmal Die Eisenbarren nochmal in den Großen tun Sehr gut Brauche Moment Zwei 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 Genau, ein Flintenstil. So, dann fackel ich hier mal alles ab. Obwohl, der ist ja noch in Ordnung. Zack, das habe ich.